Wir dürfen heute nur Loot von der Spawn-Insel nehmen. Diesen Loot müssen wir dann in der Runde finden und damit müssen wir Kills machen. Wer am Ende mehr Kills hat, bekommt 500 Euro. Okay, Sam, wir sind auf der Insel. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Nein, bei mir macht es rum, bei mir macht es rum. Ich muss mich hier rein tappen. Let's go, let's go, let's go. Ich hab mein... Nein, ey, da müssen wir... No, Sam. Das wär mein, ey. Bro, die Leute, klauen die uns die ganze Waffen weg. Was soll das denn? Oh Gott, oh Gott, das ist meine erste Waffe, Leute. Hier vorne ist nochmal was. Let's go. Schott, grüne Sturmgewehr, Schrotflinte, okay, okay. Ist hier was? Oh mein Gott, du bist an der blauen Schrotflinte vorbeigelaufen. Okay, Todesschrotflinte in blau ist übelst OP. Ich nehm die auch nochmal mit, ich nehm die auch nochmal mit, Leute. Junge, die nehmen alle Waffen auf, was juckt mir denn die Waffen. Junge, die schießen die, um hier rumzuschießen. So, brauchen wir noch irgendwas? Boah, in grün, in grün, in grün. Also, ich sag ehrlich, Leute, ich brauch nur zwei Waffen. Ich brauch eigentlich nur zwei Waffen. Leute, ihr seht jetzt hier die Waffe auch nochmal eingeblendet, mit die wir spielen dürfen. Und ich hab auch schon eine Idee, wo ich die finden werde. Okay. Ich hab wirklich eine Idee, wo ich die finden werde. Junge, Saville, du hast einen großen Fehler gemacht. Mehr sag ich nicht. Aha. Mehr sag ich nicht. Du hast einen sehr großen Fehler gemacht, weil ich habe ein grünes Sturmgewehr und ich habe eine blaue Schrotflinte. Und wer jetzt am Ende mehr Kills mit diesen Waffen macht, bekommt 500 Euro. Ja? So sieht's aus. Bro, und wenn du jetzt direkt wieder zum Anfang down gehst, werde ich dich wiederbeleben. Aber du musst mir die 500 Euro dann... Ne, musst du nicht. Also, wenn du am Ende mehr Kills machst... Weil wir machen natürlich mit Wiederbelebung, Leute. Einmal wiederbeleben zählt, ja. Ja, ja. Einmal wiederbeleben, immer, immer, immer. Okay, wie haben die Leute... So, jetzt geht's los. Kann ich mitnehmen. Ich hab die erste Waffe sogar schon. Hä? Wo bist du denn gelandet? Weiß ich nicht. Aber es ist so eine Gammelwaffe. Es ist eigentlich so eine Waffe, die ich gar nicht spielen wollte, aber ich hab die einfach mitgenommen gehabt. Ich hab den Trick 10.000 grad aktiviert. Ich bin auf dem Zug, Freunde. Oh, Zug ist nicht schlecht, aber... Zug, let's go. Hast du gute OP-Waffen oder welche Waffen hast du auf der Insel mitnehmen können? Boah, hätte ich bekommen zweimal Shotgun. Äh, Bro, ich hab tatsächlich nur... Grüne und Graue halt. Nein! Ich hab meine blaue Pumpgun. Oh mein Gott. Oh, Junge, was ich hier finde, Alter. Dürf ich leider nur eine grüne spielen. Okay. Oh, Biggie hab ich gefunden. Und? Oh, die erste Waffe hab ich. Laber. Ich hab meine erste Sturmgewehr. Okay. Welche... Was ist das für eins? Dürfen wir Schockballgranaten benutzen? Äh, nee. Okay, dann raus. Healing. Ich hab meinen ersten Kill. Ja, ich geh jetzt auch auf Killzjagd. Freunde, direkt auf Killzjagd. Der war übelst schlecht. Let's go. Oh mein Gott. Ich hab einen Schluck auf. Hier ist ein Hegner. Bei mir. So, Pistole. Bro, ich weiß nicht, ob ich eine grüne Pistole hatte, Leute. Äh, hallo, du musst richtig machen. Freundchen. Ja, 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 alles gut. Deswegen, ich spiel die nicht. Oh mein Gott. Stani, betrügt mal wieder, Freunde. Nein, was laberst du, Bro. Ich will hier richtige spielen. Richtige Challenge haben. Ja, ich will doch nur noch eine Waffe haben. Ich brauch nur noch eine Waffe. So, wir machen das hier mal weg, Leute. Und das ist die, äh... Haltet... Hä? Ich hab ein Hühnchen grad bekommen, Bro. Aus den Automaten. Hä? Bro. Hä? Was ist jetzt eigentlich das denn? Ich hab hier so einen gehackten Automaten gefunden. Das geht doch gar nicht. Doch. In Hühnchen. Ja, ja, so einen gehackten Automaten hab ich gefunden. Boah, die hab ich auch. Bro, ich hab zwei Waffen, die ich schon verwenden darf. Ciao. Ciao. Bro, bitte, 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 Leute. Ich fahr nur noch ins Schumgewehr. Ich geb mein ganzes Gold aus. Nein. Ich hoffe, das sind keine Pros, Freunde. Bitte, bitte, bitte. Dürf ich auch nicht nehmen, Leute. Hier ist jemand. Ey, Bro, nein. Ist egal, wir haben mal Schildfisch bekommen. Junge, ich hab grad mein ganzes Gold... Oh mein Gott. ...für so einen gehackten Automaten ausgegeben. Okay. Das ist nicht gut. Äh, ich hab grad ein bisschen Probleme, ja? Das ist mir egal, wenn du jetzt da hoch gehst, bist du raus. Also, nee, ich belebe dich wieder, aber... Ja, du hast Pech. Also, wenn ich muss, ja, erstmal zu dir kommen, ne? Ich hab' ab. Bitte, ich brauch nur das Sturmgewehr, Leute. Das grüne... Einer ist down. ...Kriegsdings Sturmgewehr, brauche ich. Das würde mir schon viel helfen. Okay, das war. Er reviviert den direkt wieder. Was ist denn, Leute? Der Kill ist wichtig, Freunde, und wir haben den Kill. Down. Let's go! Oh mein Gott, ich hab' hier ne goldene Drumgang, die ist ja auch ultra selten. Äh, ich sag' mal, Leute, den Kill holen. Oh! Wie viele Kill hast du jetzt gerade? Und es waren keine Bots, muss man dazu anmerken, diesmal tatsächlich. Wie viele Kill hast du jetzt gerade? Free! Du hast aber auch 30 Grad, bro! Ja! Leute, das wird ein enges Ding heute! Ja, aber solange ich meine Main-Waffe nicht finde... Was sind deine Main? Das grüne Tricks-Treiber-Sturmgewehr. Okay, ich hab' nix verstanden. Also dieses grüne AR. Ich hab' nix verstanden, aber korrekt, bro. Bro, einfach die grüne AR, bist du doof, oder was? Ja, Mann, Stanni hat's ja immer wieder mit irgendwelchen Namen, Leute. Darf man Luftbändiger spielen? Nein! Nein, die sind grau, Leute! Darfst du nicht. Ich dachte ja auch keine Schockwellen-Granaten benutzen. Nein! Oh, Junge, gib mir doch mal. Ey, wo's... So, und jetzt hab' ich ne richtig gute Idee. Was ich jetzt... Äh, Medaillen sind ja erlaubt. Das hat ja keiner gesagt, ne? Ja, Medaillen sind erlaubt. Medaillen sind erlaubt, würd' ich sagen. Medaillen sind erlaubt. Und jetzt hab' ich nämlich... Also, das Problem ist halt bei mir, wenn ich kein Stromgewehr habe, ich weiß... Also, mit nur einer Schrotflinte reinzugehen, das ist halt lebensmüde. Das ist halt komplett lebensmüde. Oh, bei mir Medaillenträger, da muss ich aufpassen. Ja, dann bist du jetzt down, ist mir doch egal. Obwohl, das wär' gut, dann muss ich ja nur noch einen Kill machen, da hab' ich dich ja schon. Hä, die haben die Medaille gejobbt. Die jobben die Medaillen. Ja, weil das Profi sind. Ja, ja. Die wollen Leute anlocken. Die wollen Leute anlocken. Da vorne sind's ja bei mir. Na, ich kann's nicht riskieren, nee. Wieso Gottschess? Ich kann's nicht riskieren, Freunde, wir gehen weiter. Nee, geh rauf, geh rauf. Nein, 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 nein. Ey, nochmal hier nur Gottschess. So blöd bin ich nicht, Bü. Ist das ne bessere vielleicht Tempo-Handgriff? Egal. Ähm, wir dürfen ja auch in die Bunker gehen, oder? Ja, in den Bunker dürfen wir auch gehen. Und darf ja auch die Sachen aufwerten. Ja, ja, safe. Oh, aufwerten, das ist ein guter Call. Er klaut wieder meine Sachen. Wer? Stark, Stani. Ja, du. Hä, klau ich doch gar nicht. Ich geh doch gar nicht in den Bunker. Hä, du wolltest, als ob du grad wirklich die Sachen aufwerten wolltest. Nee, wollte ich nicht. Ja, das war's. Ich geh doch gar nicht in den Bunker, hä? Hast du aber grad gesagt, Orkund. Jungen, ich such grad, ich such grad mein Sturmgewehr. Hast du zufällig ein grünes Sturmgewehr irgendwo gesehen? Nee. Hast du nicht? Nee. Ey, Leute, das Ding ist, ich werd wahrscheinlich die ganze Runde damit verbrauchen, mein Sturmgewehr zu finden. Aber woher finde ich das? Oh, Dicker, das ist ein ganzes Team. Oh, da wird auch ein ganzes Team. Die Leute greift da an. Ich muss abhauen. Warte mal. Tschüss, Leute, ich muss abhauen. Ich hab die richtig low geschossen, aber trotzdem leben die noch. Oh, das sind Bots, Leute. Das sind Bots. Bei mir ist das normale Spieler wieder. Ich kämpfe halt nicht gegen Boards wie Stani. Bei mir ist die, die halt normales Gameplay. Hey, die kommen jetzt wieder, oder was? So, weg mit denen. Ja, ich glaub, die sehen mich jetzt. Oh, ich muss ja gucken, ob die meine Waffe dabei haben. Ja, das stimmt schon. Sag dir nix. Ich brauche. Oh, vielleicht kann ich da einen wegsnipen. Wechsnacken, Freunde. Wir gucken mal. Oh mein Gott. Was machen die? Oh, zu wenigstens das Bots. Hey, ist das jetzt ein anderes Team? Hey, Leute, haben die nicht grüne Waffen? Oh, die haben mich entdeckt. Nein, die haben graue Waffen. Die haben mich entdeckt. Ich muss weg. Nein, die haben mit den Platten geschossen. Oh, Digga, okay, ich muss weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die Kills hast du schon? Sechs Stück? Oh mein Gott, hä? Oh mein Gott, weg, 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 weg. Was, sechs Kills, Stani, ne? Ja, ja, ich hab sechs Kills. Oder? Ja, sechs Stück. Sechs Kills, ja, aber ich muss auch sagen, das war ein Bots. Aber manchmal hat man auch ein bisschen Glück. Aber ich hab auch nur bisher eine Schrotfilme, ne? Ja, okay. Also wenn jetzt echte Gegner kommen sollten, dann wird's echt schwierig. Aber ich hoffe noch irgendwo, dass ich meine Waffe finde. Mann, hier ist doch auch immer eine Kiste drin, ne? Sag mal, so, du könntest mir einen Tipp geben, wenn du meine Waffe irgendwo siehst. Würdest du das machen? Ich, ich, ne. Ah, danke. Ja, aber, ja, es macht doch gar keinen Sinn, aber ich will helfen. Nö, alles gut. Ich würde dir auch nicht helfen. Ja, also, was willst du denn von mir? Ich werde meine Waffen finden und dann wirst du heulen. Hey, Stani, du willst besser mir gehen, Fortnite. Es sind noch über 30 Spiele. Ich hab dich mit Maus und Tastatur abgezogen. Oh, ja. Ich sag dir ehrlich, vielleicht hast du das sogar mit Controller gespielt. Vielleicht hast du den gemacht. Vielleicht hast du den gemacht. Nächster Kill. Ich frag mich, wo die Leute hier sind, Freunde. Nächster Kill, Bro. Da ist Schüsse. Statement. Kili, was geht bei dir? Ja gut, Bro, ich gönne dir auf jeden Fall. Ey, das kann doch nicht sein, dass diese Waffe hier nirgendwo droppt. Es ist eine grüne Waffe. Hier ist der blaue, ey. Oh, darfst du auch nicht benutzen, oder? Nein, darf ich nicht benutzen. Darf Stani nicht benutzen, Freunde. Ich muss sagen, du hast halt echt die guten Bots erwischt, Digga. Ich hab jetzt hier echt nur krasse Spiele am Schlüssel. Oder geh ich jetzt nicht rein, weil es wäre der Tod, Freunde. Gegen Trios ist es schwer hier. Da ist jemand mit luftbändiger Fähigkeit. Aber vielleicht kann ich den so ein bisschen veräppeln. Veräppeln? Bro, ich bin auf dem Baum. Nein, Leute, der hat hier nur ein E... Ey, Bro. Der hat hier nur ein E-Pisch. Ich bin hier beim Bot, der hat hier nur ein E-Pisch, Bro. Das gibt's doch nicht. Ich brauch die in grün. Bitte hier. Ja. Leute, hier liegen ganz viele grüne Sachen. Ganz viele. Auch nicht. Oh, auch nicht. Let's go. Ey, Leute, hier liegen... Ja! Oh mein Gott, okay, das war's. Das war's, das war's, das war's, Savile. Das war's. Was ist was Gutes, oder was? Ich hab's in grün gefunden. Ich hab's in grün gefunden. Oh mein Gott. Wo ist denn lost? Let's go. Ah, der Bunker ist zu schade. Sing, hey, Freunde. Wir haben unser Sturmgewehr. Und damit wäre ich jetzt Savile down. Nein, 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 nein. Savile down. Pop, pop, pop. Also wie gesagt, wie viele Kills hast du, Savile? Bro, ich komm's ruhig. Ey, du bist dir selber schuld, wenn du das Team pushst und zu schlecht bist. Oh, das ist ja direkt hier vorne. Ich komm mal bei Savile vorbei hier, Leute. Ich komm mal hier bei Savile vorbei. Ey. So, er ist das down. Danke, Savile, für die Free-Kills. Oh Gott, Bro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was macht der? Er geht runter. Hä? Was macht er denn? Was macht er denn? Oh, die haben um Bord alles, ne? Ja, die hatten alles. Hä? Er schwimmt hier irgendwo. Oh mein Gott, er wollte mich überraschen. Das ist der kleine Asti. So, nächster down. Nächster down. Cool, er ist hier. Er ist hier drin. Ganz mir egal, Bro. Ich hab zwei gekillt schon. Er ist hier drin. Wo ist er denn? Da oder was? Sag ich dir nicht. Ja, da ist er, Leute. Da ist er. Haben die irgendwelchen guten Loot? Ich hiel mich kurz. Auf ganz entspannte Welle. Also ich hab neue Kills. Das wird eng für dich. Ja, alles gut. Hey, der ist hier irgendwo. Let's go! Und die Krone gehört auch noch mir. Hast du ihn? Ja, ne? Yup. Okay, Leute, ich muss direkt weiter auf Gegner gehen. Ich muss in sind weiter auf Gegner gehen. Oh, ey, ich tippe es. Ja, ich muss aber auch schon sagen, ich hab dir alle low geschossen und du kamst dann einfach nur. Was? Ja. Genau so war's. Was? Genau so war's. Was redest du, Bro? Doch. Junge, ich hab dich gerettet. Gerettet hast du mich nicht? Ich hab dich gerettet. Junge, du warst low. Ich hab die low geschossen, Bro. Ich hab die alle angehittet die ganze Zeit. Junge, was redest du, Junge? Ja, ist so. Was redest du, Junge? Ist so. Ey, Leute, da haben wir ihn grad gerettet. Was er bubbelt. Und er sagt, ich hab seine Kills geklaut. Achso. Ist das dolle. Aber es leben ja noch. Elf. Elf Stück leben noch. Ah, hast du dir einen Mad Kid gesnackt, hm? Nö, nö, nö. Ich geh jetzt voll in die Offensive. Macht gar keinen Sinn sonst. Äh, du ekliger! All right. Junge! Äh, ist das dein Ernst? Junge, du bist... Alter, Bro. Alter. Bro, du bist so ein... Bro. Also ich sag dir ehrlich... Äh... Krank. Junge, das hat noch 27 Leben, das Auto. Geil, das ist kaputt. Er ist mir nicht dumm, als hab ich dein Auto überlassen. Kleiner Ekliger. Junge, jetzt kann ich hier die ganze Zeit rumlaufen. Also... Und so lange mach ich Kills jetzt. Ich ekel mich vor... Okay, guck mal, ich hab jetzt 10... Boah, wir gehen rein! Bro, ich will dich gar nicht. Du musst sechs Kills machen. Ja, er killt irgendwelche Bots, Leute. Geil, geil, geil. Oh, nee, es war in der Kai. Geil, geil, geil. Oh! Oh, schnell, Leute. Okay. Ja? Und Biggie ist auch dabei. Wie viele Kills hast du sechs Stück, ne? Also du brauchst noch vier Kills. Ich hab sechs Kills, ja. Wird eng. So, mein Auto kommt jetzt hier auch. Perfekt. Und Bandholz. Seven. Das ist das Team von Fuhlin. Okay, Bro. Da hab ich ne Revanche über. Oh, und von links noch? Egal, die hitteln mich beide an. Was wollt ihr denn? So, Musterfass down. Wo hast du dein Lampo hingetan? Und auf dem Dach? Bro, ich bin grad übelst da geflogen. Und Stani läuft. So, ich komm jetzt im Auto. Nächster down. Den hol ich mir aber. Oh. Kleiner, ekliger. Aber ist egal. Äh, Medaillenträger kommt. Ja, mir egal. Unter uns. Hä? Luftbändiger? Hinter uns. Tschüss. Bro, du haust nicht ab, oder? Tschüss. Seven. Boop, 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 boop. Bro, ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin weg. So wie du... Oh, hol mich ab. Ich bin gleich da. Oh, hol mich ab. Nö, ist mir egal. Ist mir egal. Ich hol mich nicht ab. Oh, die pushen dich, Bro. Die pushen dich. Tschüssi, Seven. So wie du. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 bleib hier. Vielleicht sehen die mich nicht. Oh, mein Gott. Schieß auf dich, da unten. Schieß auf dich. Oh, hör auf. Hör auf. Ich schieß auf dich, Bro. Hör auf und hör auf, hör auf mich zu schießen, Bro. Hör auf. Oh nein, da ist einer. Wie sollen wissen, dass da irgendjemand ist? Nein, ich hab ihn fast down geholt. Oh, er ist low. Nein, nein, wir müssen hin, Leute. Wir müssen da hin. Jetzt geh ich hoch. Oh, Digga, ich nimm dir hops. Er geht wirklich hoch. Seit wann nimmst du jemand hops? Bro, ich nimm dir komplett hops, Digi. Überlegt mal, Freunde, wie krass, Seven früher in Fortnite war. Da haben wir noch deutsche Rekorde gemacht. Aber mittlerweile, ey. Und heute machen wir deutsche Memes. Ja, lustig. Bro, komm doch her, wenn du. Bro, der ist white. Ey, der will nicht sterben. Der ist white. Down. Der ist down. Jetzt hab ich ein bisschen Leben verloren. So. Hast du ihn geholt? Wieder zwei down. Bro, die haben alles. Junge, die haben full mythisches Set. Ja, ja. Die haben full mythisches Set. Alter, was hatten die denn alles? So, Medaille eine. Let's go. Ey, die hatten alles, ne? Es lebt nur noch ein einziger. Junge, es lebt noch ein einzelner. Ich hätte dann neun Kills. Ja, ja, aber guck mal, wie viele Kills ich hab. Ja, du hast mehr. Du hast, wie viel hast du dann? Elf. Ne, das glaub ich. Ey, wie viel Geld hast du jetzt schon gegen mich verloren? Du hast, glaub ich, 13 Kills, oder? Wie viel Geld? Lass uns mal probieren, mit den letzten anzufreunden. Ja, safe, safe. Komm, auf Correctness, Freunde. Ich würd' dir sogar den Sieg schenken. Nö, das nicht. Wenn ich den den Sieg schenken würde... Ja, Bro, wenn du den Sieg schenkst, dann krieg ich 500 Euro. Okay, guck mal, Leute. Guck mal, wie ehrenlos das Hebel ist. Hä, nein, ist es doch so. Ja, alles gut, dann schenke ich den Sieg halt nicht, aber... Ist doch assi von dir, um den Sieg schenkst. Finde ich nicht korrekt. Ja, ist gut, ich schenke den Sieg nicht. Junge, das ist korrekt eigentlich. Wenn man einen Sieg schenkt, ist das korrekt. Aber das checkst du ja nicht. Also, wenn einer von uns korrekt ist, dann bin ich's. Nee, nee, nee. Oh, wer hat vorhin die Reifen abschießen wollen von meinem Auto, du oder ich? Oh, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Ja, okay, ich komm. Er ist hier. Warte, nicht töten, ich komm auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schießt der, Bro? Ist das ein richtiger Spieler? Ja, ja. Zeig mal. Also, ich bau jetzt auch mal mit. Äh, hier. Bro, der hab mich schon fast rum gemacht. Wo ist er denn? Doch, der ist hier unten, der ist hier unten. Warte, schieß mal auf. Der ist, Bro. Ah. Oh, Leute, da haben wir einen richtigen Aggro-Spieler, oder? Ja, der ist ein übelst Aggro. Okay. Ja, gut. Wir können uns mit dem vielleicht anfreunden. Die Frage ist... Baut der hoch? Nee. Er ist bei mir unten irgendwo. Ich seh die ganze Zeit, die es kämpft. Ich glaub, er ist im Haus, Bro. Ja, ja, er tut grad das Haus irgendwie abdingern. Er ist hier, er ist hier bei mir. Er ist ein Gingerbread-Skin. Oh mein Gott, das ist ein Crymax. Das ist ein Crymax, Bro. Das ist Max? Niemals. Ist das ein Crymax? Das ist Max, Freunde. Junge. So wie der Spiel ist, ist er auch ein Löse-Skin. Ja, das Spiel ist Max. Er ist Max. Alter, Junge, er macht mich low. Ja, ja. Guck mal, er ist direkt unter mir. Aber ich versuche, mich anzufreunden mit dem. Bro, hier, guck mal hier. Hier, guck mal, ich mach so Spitzhacke. Hier bin ich. Bro, hier. Ey, Junge. Junge, der hat sogar das Gingerbread-Backlink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Guck mal, ich bin hinter die Mabe. Er macht nichts. Junge, Bro, ich bin one. Alter, Junge, der ist gutes Aim auf jeden Fall. Ey, hoffentlich holt er dich. Hoffentlich holt er dich. Was macht er jetzt, der Dumm? Bro, das ist Max. So wie er spielt, ist Max. Junge. Ey, er hielt sich grad. Nee, nee, er hielt sich gar nicht, Bro. Oder? Nee, das warst du. Hä? Aber ist das jetzt ein Bot oder ein Spieler? Ich weiß es nicht. Ey, guck mal, wie der schießt. Hä? Ich weiß nicht, ob das ein... Alter, der hat ein Aim wie ein Bot. Der Aim-Bot, Bro, der Aim-Bot. Aber guck mal, jetzt das Bot-Kreerl würde er bauen. Weißt du, was ich meine? Stimmt, stimmt. Bots bauen immer ein bisschen. Ich schieße mal ein bisschen daneben. Wie der trifft. Er trifft krass, ne? Ich muss auf jeden Fall healen. Ich muss auf jeden Fall healen. Sonst ist das blöd. Ja, ich geh mal Richtung... Alter, schön mal. Schlegs, Bro. Mal gucken, ob er runterkommt. Hier, guck mal. Ey, Bro. Ich mach mal ein Emote. Vielleicht kommt der. Ich bin aufgeschlucke. Jo, ich bin freundlich, Bro. Max. Wir sind's. Ich bin stark. Alter, Alter, was für freundlich. Junge, okay, du bist weg. Du bist halt irgendwie... Ich krieg dich da unten. Junge, wir... Laserjugel. Max, du mal auf. Ey, Max, auf einmal der Laser... Junge, Max, er Laser-Experte geworden. Ey, ich geh in die Zone. Ey, jetzt baut er. Ich... Ich bau grad. Äh, ich glaub, der stimmt da in die Zone bestimmt, oder? Nee. Nee, nee. Guck mal, hier, der sprayt die ganze Zeit. Hier ist ein bisschen Blue Life. Er macht meine... Bro. Das ist... Das ist kein Bot. Das ist ein Spieler, der nicht spielen kann, aber irgendwie Aim hat. Jawohl. Oh, ey, ey. Ja, gut, er ist jetzt in der Zone. Er muss jetzt. Das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Knobst du? Ja, ja. Bro, er hat sich selber eingebaut. Das kann kein Spieler sein, ja. Okay, GG. GG, Leute. Ich hab mal wieder gewonnen. 500 Euro gegen Seven. Ja, knappes Ding. Lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Tschö, bitte.